hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren runde 7 days to die kurzes update benny und ich haben noch diesen einen tag etwas gelootet wir haben noch bücher gefunden und ich kann jetzt tatsächlich nicht nur ich zeig das mal nicht nur stufe 6 primitive klamotten rüstung machen sondern ich kann schon die normale rüstung machen die rüstung stufe 1 keine ahnung ich habe genug gekriegt glaube ich dass ich das konnte bücher waren es glaube ich ich weiß nicht mehr amort ab so ich war das und wir haben auch kochbücher noch bekommen auch ganz gut ja und gestorben sind wir nicht es war aber cool wir haben das was geschafft und ja jetzt geht es eigentlich so weiter ja und ich habe doch bücher für die werkbank gefunden die ist jetzt gerade am kraften und dann werde ich noch die werkbank platzieren die brauchen fünf minuten ja und dann werden wir wahrscheinlich heute auch unseren ersten auf jeden fall erwarte gedämpfte verbindungs mod fortgeschrittene fahrzeug oder wofür ist das oder für waffen weiß ich nicht keine ahnung ich packe mal bei fahrzeug sachen da irgendwie da rechts rein dann habe ich noch baumwolle brauchen wir nach dem mod sind immer nur für waffen oder ausrüstung also nicht für fahrzeuge soweit ich weiß ach so okay ja muss das hier wieder raus ja stimmt da sind ja auch alles aber da ist kein waffensymbol da sind zahnräder das ist irgendwie für technik nämlich mal an es gibt ja auch noch diesen reiter technik während wofür ist denn das loch hier unten welches lach meinst du das hier das soll später vielleicht für irgendwie maschinengewehr oder sowas sein wenn man sowas bauen kann aber dann macht das doch erst mal primitiv zu weil sonst brennen die nach alle hier so und dann primitiv alles mache ich gleich ja ich brauche noch holz also falls du nichts zu tun hast ich brauche holz toni kannst du eine vernünftige achse erstellen und aber ich gucke das wird die tausend wie gesagt so ich gucke gleich wieso ist noch so wenig der fleisch frage ich für einen freund 15 und ich habe nicht in der tasche ich habe drei ich habe gerade fünf genascht wir sind ja wir haben nicht mehr so vielleicht ist anscheinend auch werden wir sind drei gefriesige leute ich arbeite ja ich habe keine wirklich ihr pümmel da nur rum eigentlich habe ich kann es regnet guck mal bei dem tausammeln wenn ihr mich vielleicht fühlt er sich schneller dann oder was wäre ganz geil dass man diese tor habe ich sie alle ausgegeben das kann ja auch nicht manche tor sind auch weg wir haben uns bei sowie noch bücher gekauft wenn ihr und ich gestern ja eine quest gemacht halt aber ich weiß nicht wo der ganze kram was er jetzt das heißt kam es ist alles lust ich verstehe die welt nicht mehr so nachts wolltest du wissen ja genau so eine eisenspitzhacke oder naja auf jeden fall eine eisenspitzhacke das ist aber schon noch richtig geil ist das eigentlich nicht mein part ja es wäre nur die frage ob du das könntest ich gucke gleich mal ob ich zufällig kann wo ist denn das bei der eisenspitzhacke kann ich noch nicht bauen da fehlt mir ernt das müssen erntewerkzeuge warte mal was brauchen wir für erntewerkzeuge warte mal die werkzeuge tools die gäste steinachs eisen 1 1 1 hier kann ich alles nicht ja da habe ich erst ein buch gelesen welches buch ist das tools dick ist ja ja da habe ich ja ich habe zwei davon gelesen bis jetzt das ist mir ganz geil wenn ich das tausammler bei der way die habe ich gerade schon einmal leer gemacht okay gut so bern braucht holz während ich habe gestern für benny und mich schon rüstung fertig machen können noch aber ich habe auch so nehmen nur das outfit war das was du hattest ja primitiv fünf danach konnte ich primitiv sechs direkt machen naja da hat mir fünf gerade komplett fertig jetzt kann ich sogar die andere rüstung machen derweil dafür dafür noch diese legendären bauteile oder sowas genau richtig legendäre aus zwei stück glaube ich pro teil und kleber auch ja und die erst mal finden ist glaube ich gar nicht so geil ja ich denke das finde es wieder nur in mut regionen oder so oder blutmond die lassen ja dann gleich taschen fallen das ist gut und dann hoffe ich mal dass wir da genug geiles zeug dabei haben reparieren weil mir steine fehlen oder renten zum einer von euch ja 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 dein wasser hier ne das musst du kannst du gleich mal weg machen ja was er geht nie dann toni ja 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 ich kann es mal einmal nicht mehr aufnehmen du hast doch irgendwo ein wasser platziert den wasser musste den wasser den wasser klotz den wasser klotz musste wieder aufnehmen das ist mit meiner werkbank die ist fertig kann ich diesen wasser klatschen aufzeigen so du hast ja wasser aus dem pool geholt nein aus dem fluss ja ja aus dem see ja und wie hebe ich das wieder auf werkbank ist platziert what the fuck da kannst du endlos drauf mache ich den was ich mache den tausamler kaputt er noch vier und so gott ich habe das wasser gehauen habe ich habe den tausamler sammler soweit kaputt gemacht dass ich da 24 oder 8 plastik und schon wieder aus gold haben alter macht doch nicht so aus versehen du musst ja reparieren ja ich habe kein hammer form war so kein hammer oh ja ich hab ich dir dann gleich wer ist hier vor mir ist der blue one yellow guy das ist der benny okay das ist eigentlich hast du jetzt eigentlich bäume gefällt oder nicht ja ich wo bist du das kommt weil du mir doch so viel holz gegeben hast ja bitte benny oh ich kann stoff jetzt ein verband herstellen das kommt weil du mir so viel holz gegeben was für die klamotten weißt du noch ja genau ja da hatte ich ja noch einen teil und zwar nämlich zwei bäume gefällt dann noch mal irgendwie so 200 oder so glaube ich gegeben ich weiß nicht habe nicht aufgepasst wenn ja was so heimlicht mod jetzt ab ja nicht viel ist eigentlich im prinzip das gleiche wie dein handmenü aber da sind ein paar sachen kühlbox was welche mit einer kühlbox machen also gut question okay das ist aber nur optik okay das ist nur optik also eigentlich oberste priorität okay in der werkbank kannst du deine rüstung herstellen wo assassin handschuhe da kannst du ist okay dann kann ich damit vielleicht rüstung machen da brauchen wir ja 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 wahrscheinlich die werden anderen kram ich habe noch nicht da weiß ich nicht was du dafür gucke ich gleich mal so alter hier ist alle alles hier der werkbank ist hier rüstung ist dein reiter und da haben wir dann noch wissenschaft wie sieht es aus mit werkzeug werkzeuge da kann ich machen das ist das taschenlampe kann ich machen ich kann nicht reparieren weil mir fällt stein da kann ich eine hellen mod machen ich habe eine hellen lampen mod ich war nur ein helm kannst du dir nicht an deinen ich brauch stein hat jemand stein an deinen jetzigen kannst du dir nicht dran machen ich habe ja kein helm hat jemand also ich hätte ja wie viel browser zwei oder ein auch nicht diese komische glaube ich primitive rüstung das dinge das auch nicht auf hat der marke habe ich ja nicht ja warte doch mal ich will ja nicht so kann ich mich weitermachen ich wollte nicht alle 400 geben ich hätte den rest zurückgegeben musste die axt reparieren wenn ich so schlimm gewesen ich wollte die bäume nicht ganz ab ich lass sie stehen das ist mir egal von mir aus kann sie ganz abholfen wo ich gerade sagen holz doch ganz ab dann stehen die nicht im weg das ist auch wieder recht ja sonst denkst du nachher auch wir haben ja noch 50 bäume und dann haust du bei jedem einmal drauf und dann ist feierabend ja aber wenigstens ist der bald noch da so was braucht wir holzen ok ich mach bis 200 und dann haben wir wieder ein bisschen holz auch für die schmiede meine ich eigentlich auch da wollte ich mich erstmal holzen das ist ein stark sieben und den ja auch noch platz jetzt aber noch immer einer ja auch nicht ach ich sollte mal aufhören zu rennen wenn ich vom baum zu baum gehe der hier äh welches level könnte ein speer machen hmmm ich kann speer level äh 2 ok genau weil ich hab nämlich momentan auch nur level 1 zu stehen ach ich sehe den reh ich schieße das mal eben schnell tot mhm ja ähm was brauche ich denn für den stein spiel steine fehlen mir da kaps one shot headshot steine kannst du bei mir wenn du willst ja ich brauche einen arscht steine betone arscht ja 2000 ne keine ahnung ja so viel auch wieder nicht das ist nicht viel übertreib doch mal weißt du wie viele steine in unserem komischen bauwerk stecken wieso kann ich denn achso äh da steinsperr fertigen 2 200 äh holz da fallen lassen hier steinsperr 2 cool ja voll äh ok willkommen voran ich sammle ich sammle sammle morgen morgen haben wir den blutmond morgen nach dieser nachtung ja heute schon nach dieser nachtung ich ähm wie kommen wir jetzt hoch hier einfach nur über der dinge da ne genau hüpfen opala ja ok dann muss ich da vielleicht nochmal warte 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 jetzt nein dann guck mal nochmal nach rüstung soll jetzt soll jetzt machen wir alles schönes machen aus stoff steinachs das ist ja beim ersten blutmond kommt noch keine vögel ne ja ich mach hier mal ne aufbewahrungskiste hin die wir dann nutzen können um dann halt die sache rein zu packen die wir für den raid brauchen ja ja das ist ne subidee boah der fahrer da ist ein teil da minimo vorrat gibt es auch ja ja das ist ja alles vom motor das ist ja cool das ist ja cool so dann check das mal ab bei dem in wie viel ausdauer hast du also du bist jetzt gerade sowieso noch am rennen da ne ja ach zum mitzummitzummitzummitzummitzummitzummitzummitzummitzummitzummitzummitzummitzummit kommst du klar oder weiß ich noch nicht die ist fix ja ist auch nacht ja ich versuche nicht zu kommen ja ich hab mich viel ausdauer ich kann nicht helfen komm du bist tot ich bin schon wieder infiziert doll ne 0,3 wir hatten doch einen honig irgendwo habt ihr den schon getrunken hab ich den getrunken nein ich hab keinen honig wir hatten mal eine honig in essenskiste da ist ein honig drin gönnt ihr den jetzt in der essenskiste ja da ist so besser ja weil jetzt baut das noch wieder ab sonst baut das nicht ab das noch mal eine joutons daneben unglaublich was passiert hier was ist hier alles ja dann müssen wir auch daraus gehen da war ich nicht drin in der essenskiste ich war der zutatenkiste du musst in der essenskiste gucken ganz unten ja ja ich war in deinem bist du so benutzen ja mal gucken ob das jetzt ganz abbaut ja ist schon weg ne ist jetzt weiß wird nur,4 so na gut weil es dann besser wird jetzt vermutlich wie 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 mach ich denn verstauchtes bein ja hier nimm dir da oben links deiner kiste dein verband raus keine ahnung ich weiß nicht ich weiß nicht ob du so eine bandage oder so eine schiene machen kannst ich fand ja ich hab die ich okay schiene kann ich doch schiene könnte ich machen gebrochene arme und beine ne schwitz aber nicht vor weiteren verletzungen schluss ja das ist ja klar ja versamen klebeband bräuch einen dann kann ich den herstellen samen kommen ja da rein ne ich brauche unbedingt ausdauer das geht ja ab wenn ich stück durchstöbert ja eine kitzel nach der anderen ja ich suche klebeband aber klebeband haben wir nicht mehr ne nein haben wir die rüstungsteile aufgebaut haben wir doch auch gekauft hm ähm geh doch in den supermarkt ähm kunststofferkrank pack ich da auch mal rein hm hm da machen wir jetzt essen wo kommt denn das Fell hin da nein nicht das Fell das Fell so Knochen zum Sorgen Knochen Stofffetzen so die Schiene die Schiene kann ich auch nicht benutzen warum nicht ich habe doch was gebrochen oder ist das das ist ein Knochen der ist durch nein der ist nicht durch der sieht nur so aus der ist nur angebrochen das kannst du zur Zeit nicht verwenden hier wird 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 sie bei euch den Dampfen und ververkickten gebrochenen Arm ach guck mal hier ich schieße in den Kopf ja wir drücken gehen schade schade oh 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 wait so und etwa das ist doch schmutz so passt zwei Fleisch da noch ein ich habe noch zehn rohes Fleisch die kannst du noch auf den Knochen haben oh ja pack in die Zutatenkiste ja danke so ich koche ja mit weniger ich koche jetzt mit 40% weniger weißt du aus zwölf Fleisch kriegen wir jetzt vier Stück also drei pro für eins also einen gespart genau weil ich habe voll aufgelevelt diese diesen Koch auf Maximum ich habe die Bücher so investieren können dass das genau gereicht hat wollen wir mal gucken hier da sieht man das Chefkoch ich bin Feldkoch du kochst du eine Armee verwende 40% weniger von den Hauptzutaten eines Rezeptes koche 80% schneller so das ist getan und ich habe wieder einen Punkt wo soll ich das jetzt reinstecken in schwere Rüstung ja ich habe da auch nicht ne denn äh ja aber immerhin bis zum Leben ne alles in schwere Rüstung auf 5% verregnet die Abnutzung um 15% schwere Rüstung das nehmen wir jetzt ich gehe jetzt noch auf Rüstung ne ja also ich weder das Gipsbein noch äh noch die Schiene noch verbannt halt mein gebrochener was muss ich denn machen oder oder muss das irgendwo im Menü auf sein Bein drauf ziehen dass man da hinten sieht warte mal äh lernen so alles cool so kann ich das verwenden ja was ist das okay aber das ist aber das ist halt allgemein nur Blutung nicht mein äh gebrochenes weiß was kann ich denn mit schwere Rüstung machen ey woher findet man diese schwere Rüstung ist die bei den Klamotten da wenn ich es weiter blätter ist dann eine schwere dabei oder wie die eigentlich müsste die irgendwo ist ein Hund close the door hoch 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 mach ich hab die wenn ich gerade kommen achso ich dachte der wäre tot ne 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 ich geh gleich drauf ne doch nicht es geht noch ich hab noch Glück gehabt äh das sind drei Runde das sind drei Runde Benni macht die Tür zu oh ja warte ja jetzt nur noch einer draußen glaub ich nicht getroffen nein da sind noch drei Benni das sind drei Runde so die kommen rein die könnte schön mit dem Messer klein machen für verrottes Fleisch ha 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 im gleiche klein und Leder und ab gehts Leder auch ja aber zwei ne drei ne ok wenn die mitgestochert hat dann gibst du sechs Runde glaub ich na gut er hat ja auch was bekommen ja ähm guck mal gleich beim Tau-Sammler ob da jetzt Wasser noch drin ist alter weil ich hab nix mehr also gar nichts ja ist gut also die Anzeige ist auch komplett leer und hier fährt da rein in Zutaten ja das ist scheiße ja ich helse noch drei wasser in der Kiste ja drei wasser in der Essenskiste ja ich komm hört sich toll an bei euch da rein ja wir wir fleischen hauptberuf fleischer sehr fleischer fleischerei fachverkäufer ja fleischerei fachverkäufer ja der fleischige Typ so oh das ist falsch wo war denn das ach das war ja in Zutaten so dann machen wir dann noch wehren zu oben rechts das muss er wieder rein in der mitte in der mitte bei den oberen Hängeschränken haben wir Fell also Leder ach das ist falsch Leder wo mach ich denn das äh hast du ein Fell äh für für das vergonne da so zwei Stunden kopfweh habe ich noch ja ich hab noch irgendwie äh hab ich jetzt wieder alles irgendwie Ausdauer ist eine Stunde 37 für den Arsch also ich glaube ist fast besser wenn ich gleich einmal sterben gehe los da machs kurz vorm Blutmond mhm Fahrzeugrüstung Blabiblob Blabiblob äh Vierfach Taschenmord für Rüstung das ist ja cool Bauplan Vierfach Taschenmord für Rüstung und den Bauplan haben so okay heute ist der Tag der Tage theoretisch sollten wir nochmal bluten gehen bluten 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 ähm ihr könntet ich brauch noch ein bisschen Stein und Lehm theoretisch äh oder Holz äh Holz hab ich gleich nicht ob es nur blau äh blau Hallo Hallo Toll Toll gut es bringt schon mal was was sagen beschwerst du dich mehr habe ich nicht dabei gehabt äh ja äh wollen wir noch was looten gehen benni äh ja können wir was hast du da gedroppt Papier warum hast du gedroppt weil das weil wir es nicht brauchen glaube ich nicht dass ich wüsste dass wir es brauchen Papier doch Papier brauchen wir also das auf jeden Fall mit behalten das brauchst du glaube ich für Patronen und so später achso ja stimmt für die Schrottpatronen ja so ok dann rein damit gibt es eine strobe die mehr als einen schuss hat ne ne glaub ich dauerhaft würde ich fast sagen ja oder vielleicht schneller nachladen ja das wäre schon mal was aber zwei zwei wenigstens weißt du das ist wenn man aneinander schießen ja ok äh ja ähm so dann gehen benni und ich jetzt looten würde ich sagen wenn er soweit ist und äh warte ich gucke ich gucke noch mal ein bisschen benni kannst du noch äh zwei kisten machen und die neben deiner benni kiste behängen weil wofür äh neben deiner benni kiste bitte nach rechts dann da hängen äh ich will dann machst du Toni und Bernd keine ahnung und dann können wir können wir uns ganz leer machen in der kiste haben wir den ganzen kam rein was du nicht brauchen unterwegs so Toni schreibe ich hier rein alles klar und ganz rechts ganz dann packe ich da jetzt rein was ich nicht brauche ich brauche unterwegs eigentlich repariert man schwer nochmal und die axt und das stein kochen ist scheißegal ich habe einfach alles jetzt packe ich alles raus holz brauche ich nicht unterwegs krass dann siehst du dass du deine sachen repariert hast ja deswegen habe ich ja gerade repariert wie gesagt also ich dachte aber ich hör nicht zu ne ok mein geld da nochmal rein hier äh wo gehen wir denn dann looten äh ja was hast du auch das ist die gute Antwort ähm ich feile nehme ich mit und munition ja die nehmen wir nämlich auf jeden Fall mit aber ich brauche ja nicht meine Fackel die kann auch weg so und unterwegs werde ich nicht brauchen ich glaube ich nehme mal alles mit was ich jetzt noch habe die axt und das kochen messer gut jetzt habe ich nur zwei platze elementar belegt das ist nicht schlimm by the way ok benny ja ich äh nehme nur ein bisschen holz raus ja damit das nicht unnötig verbrennt wenn wir jetzt einfach losrennen ok so lass so wir hier rechts wieder zu den häusern äh ja aber die sind ja nicht wieder voll oder ja wir waren ja auch nicht bei allen dann müssen wir jetzt ein haus weitergehen ja ok ich hätte sonst gesagt äh rechts runter zum wasser jetzt rüber über den hügel hier rechts weil da ist das eine haus das wir auch noch nicht haben glaube ich na dann nehmen wir das ok weil das ist dicht bei so eine halbe minute laufweg und everything will be fine alrighty then this house you know hier warst du noch nicht nein hier waren wir noch nicht drin die garage hatten wenn ihr während und ich gemacht ja aber wir sind nicht ins haus gegangen ne ich auch nicht garage dürfte leer sein da kann eigentlich nichts mehr drin sind aber alles gelootet jetzt würden wir dann quasi jetzt schon hat er ist im haus ok stein lebendingsbums oder was das war ich glaube aber leben oder eine zeitschrift warte das ist für explosive magazine das hast du glaube ich gelesen von sprengstoffen wer das gemacht ich glaube dass du ich gemacht ja willst du das hier nehmen ich habe es eingeschreckt schon wieder so und ich habe nicht getroffen das war unnötig verschwinde doch nicht seine muniz haben über 100 schuss 119 noch ja ich deswegen sage ich habe so viel ich weiß nicht woher war es mal beim blutmohn ok ja dann geht das wahrscheinlich schnell durch das will ich ja auch nicht abstreiten aber wenn ich es jetzt so viel habe das ist okay kann man auch immer schießen wir können später herstellen zu sparsam sein ist auch nicht mehr gut auch mal auch mal gehört hier das wasser wasser herstellen hast du kunststoff dabei ich habe gerade erst mal einen abgeschlachtet hier warte ich habe nämlich schon halbvolle taschen naja halbvoll noch nicht aber ich gebe dir mal was hier das heft dann noch für die magazine ich glaube das hast du gelesen sei guck aber lieber vorher nach dass wir da unnötig jetzt ja ja die habe ich gelesen okay dann können wir hier ist noch so ein kack gegeben fahrt ja bücher stapel und tactical einmal kochbuch für mich und du hast tactical aus hier das ist ja schön die kann man nur auf selbst gebautes maschinengewehr stufe 3 machen wir ruhig natürlich nicht mit ich war ja direkt da du zieht er denn automatisch auf deine deinen kopfmann schmal wenn ich mir du bist fast tot war erforschen also losgegangen ich bin ja wohl ja eh nicht lange leben eigentlich vor jetzt nur noch ausdauer dann beim letzten gegner wenn wir oben sind dann hier kann sich um ein zombie ich suche mal die schränke weil ich hier scheinbar viele bücher finde weiß ich auch nicht ja weil da lass mir auch dabei sonst finde ich keine fortune hat bücher mehr kochbuch gefunden noch kochbuch schön zwei kochbücher und durch die kaffeemaschine da rechts habe ich schon ja ich habe mich gerade ausgesperrt und das cool bier kann man das zerstören ist dann dings hinter das cool hier ist dann kein tresor weil ich bin ich mal die kochbücher leider nichts dazu gekommen das ist draußen ok kopf rauschen stunde 40 bei der ausführung sagen wir kunststoff ist abgeschlossen cool hier war ich schon ja hier ist ja nichts mehr hier ging es hoch da mal nach oben hier sollte erledigt sein oh hier kommt von unten weiter was wurde in anderen raum wird er noch in sich habe ich ziemlich noch nicht gemacht klebeband zwei stück glaube ich sogar so getränke den schöner honig glaube ich war das bin mir nicht sicher ein trübes wasser noch mal ich dachte das gibt was besonderes gab es nicht rüstungssachen kram leider sagt ich habe noch ein heft gefunden was das für eines ist sandweg wasser ich habe auch gleich ein paar hefte gefunden noch mal drei hefte sauber ich habe auch noch was gefunden also ich habe einmal kunst des bergbaus elektrisch das bist auch du bernd ja vor der bände die was für dich nehme ich mal schnell medical journal was haben wir hier technik freak auch verwehrend er ist der techniker und der baust baum master so was ist denn das magazin vergrößerungs mod oh was ist das denn hier so ein stroh was gibt denn der kronleuchter gar nichts vielleicht kommt da ja gleich was durstig alter ich hab noch halb voll ich krieg gar nichts wenn ich die kronleuchter abbau warte mal musst du wahrscheinlich warte 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 da reicht noch ein schlag da muss wahrscheinlich mit dem schraubstüge ja siehst du oh cool aber warte mal hier 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 da bin unten äh das fahrzeug warst auch du bernd ne hat noch keiner ist in der kiste oder nicht das habe ich gemacht ok ok dann sind wir hier durch benny können wir aus diesem haus raus dann schaffen wir noch ein ein weiteres haus auf jeden fall so jetzt funktioniert unsere falle hier unser turm das will ich ja mal hoffen zumindest kommt jetzt von mir jetzt hier hoch Nägel hundehütte ah das ist ja jeder hund das ist nur ein zombie ich geh mal nach außen ach ne das bist du jetzt habe ich dich aufhörn sorry der halt ach siehst du das sag ich doch das ist so ja aber du weil weil wenn man da unten geguckt hat ja ja genau ja das sag ich dir das sieht genauso aus warum haut denn erst entgegen jetzt gehen wir links rum am see da gehen wir zum bootshaus da links warte ich geh doch erst was trinken ich scheiße ich mich halt ein verrecken aber klug wie im echt leben ja ich sterb glaube ich gleich dann aber richtig alter ich sterb ja wirklich gleich und du kannst ja eigentlich nicht mehr leisten hier über bernie wo 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 ist hierüber wo ich stehe du wolltest dem boot aus ja genau links und dann ja ich lauf gemütlich also eigentlich bin ich voll durch nur noch sachen luten die ich ach so dann kann gleich was geben oder wir können immer mal switchen so wirst du hast was ich habe ich hoffe drei trübes wasser das ist schon mal gut ja trübes wasser habe ich auch drei oder haben wir sechs dann können wir schon mal sechs wasser wiederum das ist schon mal wenigstens was aber wenn du zwei trinkst reicht ja noch nicht jeder von uns sechs gebrauchen habe ich das gefühl gut ich brauche es eigentlich nicht mehr wo läufst du läufst du links wie gemütlich läufst du dann ich komme mal rüber ja ich kann ja rennen wir ruhig ich werden wir switchen hier wenn du kannst du hast in der tasche übersehen so dass wasser wasser hast du was hast du dann muss man ja warte lässt mich wie viel platz also warte mal du kriegst trübes wasser ne da dann hast du verrottetes fleisch ja ich fange mal vorne an ihr schaut gar moni hast ja dann die zeitschriften behalte eben wo ein eisen nägel sandwiches ja papier papier reismehl blei bruch sand auch glas bruch sand nicht also reisen nägel knochen ja jetzt habe ich habe jetzt drei slots wieder frei okay hast du bruch quatsch mais mehl nein schmerztabletten papier dann wird das hast du mir gegeben auch hier meint an der meinung ist kleber plastik rüstungsteile plastik rüstungsteile ja kannst du das decken guck mal klebeband ja sieht gut aus klebeband nein kartoffelsaat leder tierfett nägel habe ich dir gerade gegeben okay zu brauchen das glas holz lehmboden ja ich habe halt ganz viele einzel sachen wie die zeitschriften das wasser wasser das passt du kannst du nicht atmen jetzt auch ich bin dass du das klang sonst wäre es unter wasser gewesen ist da ich war unter wasser ich will atmen ich war für den mal der mit der weise ballers geben die ja auch honig ja das auto noch das kann es gar nicht ich habe was ist denn das bombe habe ich gefunden ja gut und ich habe das bau der abwurf ja da gehen wir auch noch welche ich habe noch das ist der große kapp band 7 bewegungserkennung der beste beute wird in der regel von automatisierten verteidigungssystemen die bewegungserkennung der bewegungserkennung der bewegungserkennung der lebt noch weiter ne der ist zu tot siehst du doch ja jetzt ja hast du eisenrohre ne 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 und ne kurz zum gleich geben warte kurz jetzt kommt hier draußen auch noch einer aber ist okay noch nichts neues leider jetzt raus wir kommen nach oben von außen jetzt nicht wenn auf dem dach weiß noch nicht muss mich hier dann frei buddeln war ich bin schon oben und schon über die rohre geklettert das war genau noch einer da rennt aber weg läuft weg der idiot okay da haben wir das haus fertig wollen wir uns noch an 1 ergattern versuchen ob wir das mitkriegen oder so wir sollten lernen und rob gehen da hinten wieder angezeigt das ist sogar richtig nach hause ich glaube mal schon mal ein bisschen los ich hoffe oder wird zu sterben noch noch nicht ja ich frage ein freund und das sind meine ok honigstamm gefunden also ich muss mir auf jeden fall erst mal mehr machen aber macht ich könnte was wegschmeißen also weil einmal maismehl und und ein ei oder beziehungsweise eine feder bringt mich jetzt ja auch nicht viel weiter auf jeder jetzt nicht wirklich ich lauf langsam wenn die vielleicht kurz mich ein nur ich zähle erst mal hier die komische du lässt ja wieder alles liegen ja das ganze auch das ganze plastik was ja auch jetzt kann man noch zwei zombies dieses der hat nicht gemacht alter wo ist der krabbeler da dass ich verkrabbelt oder was alles alles oder 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 fallen lassen auch zwei home cooking links da penner ein top freigeschalten stufe drei geschmiedeter stahl sieben mal zehn schrubflinten moni und 137 messing ich nehme mir so viel atem brauchst du nicht für den tod im sarg habe ich gehört da ist die luft auch immer knapp was haben wir denn hier ist das das automobil oder lebendig aus ist doch tot overturn trailer da ist das ich bin rein da look gehen wir mal eben und looten uns noch voller als wir schon sind ich bin röppel ich bin röppel wir haben nicht mehr viel zeit tony wir müssen looter ja ich bin machen und trailer und verspätestens aus aus ja zwei zombies und fit sein und fit sein ich bin verstanden es kommt schon wieder einer gegen die wand hier sonst macht die treppe die nach unten führt macht die einfach zu treppen also der erde zu den schlafsäcken hin quasi scheiße ich glaube ich finde ich hier 3 blöcke eigentlich kann das ja gar nicht noch ein kochbuch alter noch zwei kochbücher sie dieses mein gott ist das ja alles verwirrend wenn das so auf dem kopf steht wo war die badewanne gibt es ja gar nicht okay gut noch ein kochbuch alter vier oder fünf kochbücher hier im trailer gefunden okay das sollte alles gewesen sein gehen wir raus ok lesen wir die erstmal durch dann haben wir ein bisschen fünf kochbücher dieses ich glaube ich mache den raum unter uns zu also komplett tony du bist gleich ein schlafsack hier mal rausholen ja ich glaube noch erst den loot drop holen ja ich ja naja den holen ich weiß und dann komme ich wieder in seinem kurz warten noch wieso habe ich denn jetzt kopfschmerzen und ernsthaft hier ist amerikanische flag das der turm ok cool 250 meter bis zum loot drop 200 ist leicht in der verbrannten zone so wie das aussieht die bücher habe ich dir in deine kiste gepackt ein bocheln ess habe ich gesehen ok bin beim loot drop Ausdauer wieder herstellen, solange das noch schnell geht, obwohl er braucht er nicht. Das ist das Vogelnassmittel, da haben wir eh schon mit von. So, dann mal los. Hui. Ich habe noch einmal Honig gefunden. Steroide, Bauplanfahrzeugreservetankmod. Drei Bücherpaket und Fertigungsfertigkeiten. Fertigkeit, Zeitschutzpaket. Warum stehen die Torsammler hier unter Wasser? Weil Tony da seinen Eimer ausgekippt hat. Das war ja das, worüber wir geredet haben. Das kannst du nicht mehr da wegnehmen. Das ist irgendwie, ich würde mal sagen, leicht verbackt. Ups. Ich muss gerade einen Schokobong auspacken, so. So. Hohen abgeschlachtet. So. Ich gucke mal, was ihr herstellt. Hau. So. Huhn noch mitgenommen. Okay, Leute. 315 Meter noch bis nach Hause und dann geht ein Blutmond gleich los, wa? Den erleben wir aber erst in der nächsten Folge. Ja, Tony, du musst auf jeden Fall deinen Rucksack wegnehmen. Ja, ich bin da, dass er zu machen kann. Hier kann ich den Geschossspitzen herstellen. Noch ein Buch. Ich glaube, es ist Armut ab, oder? Armut ab. Nice. Gelesen. Okay. Tö, what? Wenn wir eh schon überfüllt sind, dann auch richtig, ne? Oh, ich habe noch eine Schiene gefunden und noch so Waffen hat. Oh, hier in die Kiste. Oh, cool. Benutzen. Oh, ein Hase. Oh, dann können wir mich machen. Nein. Scheiße, jetzt rennt das Ding. Nee, rennt nicht. Komm, bleib stehen. Nein. Du musst uns langsam wirklich mal deinen Schlafsack hier wegnehmen. Ja, ich bin nicht unterwegs. Geschossspitzen, da. Ah. Sauber. Geil. Du kannst ja auch wieder die Suchfunktion benutzen. Ja, ja, nee. Nee, ich muss erst mal gucken, in welchem Gerät, also Schmiede oder Werkbank. Ach so, das wäre noch schwer. So. Okay. Kann man auch schießen? Ich würde sagen, das war es mit der Folge. Wir danken uns recht herzlich fürs Zusehen. Ich werde mich dann erstmal weiter nach Hause begeben und mich entleeren. Ich bin da schon da. Bis zum nächsten Mal, lass gerne einen Like da, haut rein und ciao, ciao. Beim nächsten Folge gibt es dann den Blutmond. Ja, hau. Tschüss. Vielen Dank.